In diesem Video soll es darum gehen, was nach dem Jagdgesetz eigentlich Jagd ist. Es gibt ja auch im Strafgesetzbuch einen Paragraphen zur Jagdwilderei. Aber es muss dann auch definiert sein, was ist eigentlich Jagd. Und da merkt man sich am besten folgende Merkhilfe. A für Aufsuchen, N für Nachstellen, I für Erlegen, F für Fangen. Also wenn das zutrifft, dann bin ich beim Jagen unterwegs. Wenn ich das irgendwo mache, wo ich es nicht darf, dann wäre es Jagdwilderei. Das gehört aber dazu, dass ich das wirklich auch in Erlegungsabsicht mache. Das ist zum Beispiel zu erkennen, wenn ich passend ausgerüstet wäre, also zum Beispiel meine Jagdwaffe dabei hätte. Wenn ich also nur mit dem Fotoapparat unterwegs bin, dann könnte man zwar auch sagen, das ist vielleicht auch ein Aufsuchen oder ein Nachstellen, aber definitiv kein Erlegen oder kein Fangen. Dementsprechend auch keine Jagd.